Konnetieren und optimieren Sie Videos zum Abspielen auf all Ihren Geräten mit Nero 12 Update. Ziehen Sie Ihre Videos aus dem Windows Explorer in das Drag & Drop Fenster von Nero Recode. Wählen Sie den Gerätetyp aus, für den Sie Ihr Video optimieren wollen. Wählen Sie das Geräteprofil aus. Mit einem Klick erzielen Sie Ergebnisse in bester Qualität für die neuesten iOS, Android oder Windows Phones und Tablets. Klicken Sie OK. Sie können weitere Videos durch Drag & Drop hinzufügen. Diesmal möchten Sie vielleicht ein anderes mobiles Gerät nutzen. Klicken Sie OK. Nun finden Sie eine klare Übersicht Ihrer Jobs für die verschiedenen Geräte. Starten Sie die Kodierung.